Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Nachdem ich nicht eben aufgestanden bin, werde ich euch kurz erzählen, was ich heute noch alles so vorhabe. Und das sind nicht ganz wenige. Die ganzen Krempel, die hier unten ist. Einmal in den Kurs noch mal ordentlich machen. Dann Thumbnails noch fertig zu machen. Für soziale Medien noch etwas zu machen. Dann natürlich um 15 Uhr live zu stehen. Und dann später den Silvester-Raketen-Show. So ein bisschen filmen. Musik 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 Nachdem ich nicht fertig geduscht bin, äh, werde ich noch schnell was zum Frühstücken essen. Wir haben hier halb zwei. Ähm, und ich werde noch ein bisschen soziale Medien machen. Und dann drei werde ich ja live sein. Musik Ja, nachdem ich jetzt soziale Medien fertig mache, bin ich jetzt auch live da dannen, äh, mit ein paar Bess-Off-Momente aus diesem Jahr. Damit ein wunderschön, herrliches Wildkampf. Weil umso wirtschaftlicher wir fahren, umso mehr wird's sparen, wa? Bin ich wieder da, bin ich wieder da, bin... Den Fressabrauer ist nicht da vorne wieder. Das war der Jahres-Bess-Off, äh, vom Twitch-Kanal. Aber ihr könnt natürlich auf YouTube die zwei Bess-Off natürlich auch anschauen. Ähm, die sind auch wunderbar. Ähm, auch wunderbar geschnitten. Musik Wir machen gerade ein paar Bess-Tack-Naller auf, aber ich werde vom, vom, vom und... Gäste! 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 Ich habe, die dem izing es sei, müsste es dann eher gleich ein Stack für euch wahrscheinlich auch sein. Ich wünsche mir auch mal schnell, dass meine Stimme ist als ein Stack. Ich mache mich dann gleich noch ein Stack. Ich mache mich dann gleich noch ein Stack. Und dann werde ich noch aufnommen und aufnommen. Ich gehe in Purchasing-Cardews, hätte mir ja, habe mir schon gesagt, ich habe mir schon gesagt, ich habe mir schon gesagt, und ja, wir sehen uns beim D prophesie. Günter. Guten Tag. Tschüss.